Letzte Rednerin in dieser Debatte ist die Kollegin Renate Karadistanac, SPD. Frau Präsidentin, meine sehr verehrten Damen und Herren, heute betreten wir Neuland. Die SPD-Bundestagsfraktion hat sich, und da bin ich richtig froh, mit ihrer Forderung nach einem Spezialgesetz durchgesetzt. In meiner letzten Rede, Herr Stadler, Sie erinnern sich, habe ich gefordert, dass wir nicht nur das Telemediengesetz ergänzen, sondern ein eigenes Gesetz beschließen. Wir zeigen damit, und mir ist das auch noch einmal wichtig, was die nach uns alle machen, das machen die dann in ihrer Verantwortung. Aber wir wollen, dass es keine Ausweitung auf andere Inhalte gibt. Meine Damen und Herren, wir haben, und das, finde ich, sollten wir auch hervorheben, die Ergebnisse der beiden Anhörungen sorgfältig ausgewertet und die Forderungen der durchaus kritischen, und das zeichnet uns ja auch aus, dass wir kritische Expertinnen und Experten eingeladen haben, weitgehend aufgenommen haben. Unter anderem, das hätte ich nicht geglaubt, dass uns das alles gelingt, löschen, versperren. Schließlich sollte es uns in erster Linie darum gehen, kinderpornografische Seiten aus dem Internet zu entfernen und nicht nur den Zugang zu erschweren. Keine Weitergabe von Daten durch die Internetwirtschaft. Damit wollten wir auch den Missbrauch mit den Daten verhindern. Wichtig ist mir auch die Kontrolle der BKA-Liste. Meine Damen und Herren, es handelt sich um einen sensiblen Bereich, und darum haben wir das Gesetz bewusst befristet. Und schon nach zwei Jahren erwarte ich und viele von uns eine sorgfältige Evaluation. Ich will auch noch einmal daran erinnern, dass wir damit die Verträge der Zugangsanbieter mit dem BKA, die auf vertraglicher Grundlage in die Grundrechte ihrer Kunden eingreifen, auf eine rechtsstaatliche Grundlage stellen. Das haben die übrigens bei der Anhörung, übrigens die meine ich, die Internetwirtschaft, auch gefordert oder von uns erbeten. Ich halte dies allein schon aus verfassungsrechtlicher Sicht für geboten. Als Kinder- und Jugendpolitikerin habe ich zwei Weltkongresse gegen die kommerzielle sexuelle Ausbeutung von Kindern, habe ich daran teilgenommen. Der Schutz übrigens der Kinder umfasst Menschen bis zum Alter von 18. Da haben wir noch eine Zukunftsaufgabe. In Yokohama, also im Jahr 2001, haben wir die Bedeutung der Verbreitung von Kinderpornografie durch das Internet erstmals thematisiert. In der globalen Verpflichtung von Yokohama hat die damalige rot-grüne Bundesregierung zugesagt, geeignete Maßnahmen gegen die Kinderpornografie im Internet zu treffen. Und ich kann jetzt schon vorwegnehmen, wir haben das auch gehalten. Unter Rot-Grün wurde der erste nationale Aktionsplan aufgelegt und damals Handlungsdefizite beseitigt, nämlich unter anderem das Strafrecht verschärft. Und da sind wir heute ganz froh drüber. Beim dritten Weltkongress, ich gucke noch mal auf die Kollegin Michaela Noll in Rio im November 2008, haben wir bewusst und übrigens schon im Vorfeld darauf hingewiesen, dass wir uns ganz besonders, Herr Staatssekretär, den neuen Medien und dem Internet zuwenden wollen. Und ich habe damals gesagt, zeigen Sie uns doch mal den Instrumentenkasten, ähnlich wie wir die Finanzkrise bekämpfen wollen, damit wir auch schon inhaltlich kompetent aufgestellt werden. Übrigens, das spiegelt sich alles wieder und es lohnt sich nachzulesen im Pakt von Rio im Abschlussdokument. Meine Damen und Herren, das heutige Gesetz verstehe ich als ein Präventionsgesetz, das auf den Zugang zu Internet beschränkt ist. Frau Ministerin steht in meiner Rede. Also, Herr Staatssekretär, sagen Sie doch, Herr Staatssekretär, Herr Staatssekretär, wäre doch schön, wenn manche Männer zuhören. Herr Staatssekretär, ich nehme es wieder hin, dass Sie da sind, aber noch mehr hätten wir uns alle gefreut. Übrigens, das ist schon schade, dass bei dieser Diskussion Sie jetzt nicht da ist. Also, ich erwarte, das ist schade, dass Frau Ministerin jetzt nach diesen Schritten ein Gesamtkonzept vorlegt, weil dieser Schritt alleine ist für uns in der SPD nicht ausreichend und nicht zielführend genug. Wir brauchen eine Konsequenz, das ist gesamt, keine einmaligen, das kann Sie gut, einmaligen Signale oder symbolischen Schnellschüsse. Wir von der SPD jedenfalls haben die Hausaufgaben gemacht. Wir haben einen umfassenden Zehn-Punkte-Plan beschlossen und dann auch gefordert, einen Aktionsplan, Prävention, Opferschutz, Maßnahmen gegen Kinderprostitution zu intensivieren, Medienkompetenz zu verbessern, Zielvorgaben für die Tourismuswirtschaft, die immer noch glaubt, da nichts tun zu müssen, und so weiter. Personelle Ausstattung ist heute schon Falle, technische Ausstattung. Da sind auch die Länder gefordert. Wir wollen eine bessere internationale Zusammenarbeit, Vernetzung. Und, das wird jetzt meine SPD freuen, wir wollen auch im Aktionsplan die Kinderrechte verankern. Wir wollen, dass die in die Verfassung kommen. Nur dann wird ein Gesamtkonzept raus. So, nachdem wir Verträge mit der Internetwirtschaft haben, nachdem wir heute in zweiter und dritter Lesung ein Spezialgesetz beschließen, erwarte ich Ihnen von Ihnen, Frau Ministerin, Herr Staatssekretär, dass Sie in der nächsten, und das ist die letzte Sitzungswoche, einen Aktionsplan vorlegen. Und übrigens, und das ist mir jetzt auch nochmal ernst, Frau Kollegin, Das ist der letzte Satz. Ja, bitte. Der auch ausreichend finanziell unterlegt wird. Also nur Pläne, das reicht auch nicht. Und erst dann, Frau Ministerin, Sie werden ja sicher meine Rede nachlesen, haben wir wirklich was getan für den Schutz unserer Kinder. Vielen Dank.